Willkommen bei LAVECO, Europas führender Hersteller von individuellen Hebelösungen. Wir zeichnen uns durch Hebesysteme aus, die robust, langlebig und vor allem sicher sind. Herzstück der Produktion ist unser Werk in Espelkamp. Dort werden leistungsstarke Hebesysteme mit bis zu 120 Tonnen Hubkraft hergestellt. Durch die direkte Vernetzung von Konstruktion und Fertigung werden Fehler auf ein absolutes Minimum reduziert. Während der Herstellung werden alle technischen Parameter kontinuierlich überprüft. Unsere hochmotivierten und spezialisierten Teams verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Branchen und können in der Regel bereits im Vorfeld präzise sagen, was möglich ist und was nicht. So sparen Sie sich unnötige Wege, Recherchen und eine Menge Zeit in der Planungsphase. Egal was Sie heben möchten, bei LAVECO sind Sie und Ihre Pläne immer besser aufgehoben. Bis zum nächsten Mal.